Musik Seit gestern finden in Deitzesau die traditionellen Festtage wieder statt. Heute am Sonntag stand ein Fest und glücklich Deitzesau auf dem Programm, wobei neben mehreren Musikvereinen und Tanzvereinen vor allem die vielen Mitglieder der einzelnen Sportabteilungen des TSV Deitzesau teilnahmen. Danach ging es für alle Besucher Richtung Festplatz in das größte Festzelt der Region. Für die jährlich mehr als 15.000 Besucher gibt es in allen drei Festtagen ein abwechslungsreiches Programm auf der Bühne im Festzelt sowie ein Vergnügungspark für die junge Generation.